um morgen herzlichen rücke vorteil mit felix gut hallo da lande ich und landet wieder rein wer ja jetzt noch den hat die nächste nicht mehr es kommt es aber nicht an den haus gemacht weiter zu stark die pump auch zu starb weil die meistens das gewünscht haben dass die pappen wieder zurück soll die pampa weg ja die war auch weg alles vorweg was ich habe wieder ich brauche noch eine pamp ich habe ihn erledigt darf ich dann die pamp wieso ich brauche auch eine pamp doch nicht ich habe eigentlich auch eine pamp die kann ich dir sagen sie ist nicht gut aber hauptsache die einzige pamp ich habe ab 1 ok schon mal gut bei mir ist gerade niemand leute ich komme haben und wenn jemand eine pamp zieht was machst du fack jetzt alles ab ja ich kann jetzt rein doch nicht doch doch du was nehmen neymar neymar soll getötet ja dann bitteschön neymar neymar wie ist das fußballer magst du ronaldo warum für die klünze fragen ich habe vier mannten ich habe noch ein weiß was deine machen wollte was und das hier macht Der kam aber von hinten, wo ich mich voll gehielt hatte. Meister, darf ich die Schalte markieren? Nein. Oh, schade. Nenn mich Daddy. Nenn mich Daddy. Nenn mich Daddy. Daddy? Ja, die Pamm brauche ich. Oh, hier ein Pickel. Los, 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 komm, machen, komm, machen. Komm, pluggen. Guck mal, meine Vatan, hier, guck mal. Nein. Nein. Ja, genau, nimm eine mit für uns zwei. Ich brauche aber keine. Nimm ich auch mit, dann bitte. Also blauer Pamp dann. Welche? Also die blauen Seiten. Weißt du, was ich brauche? Ne blaue oder ne lila oder ne. Seit Jahren in den Fortnach gespielt ich und. Mal gegeneinander spielen. Was? Mal gegeneinander spielen. Diese meiner. Aber wollen wir. Wieso? Weiß mal Geier wäre oder so. Die ist meiner. Ja, ich wäre eh nicht dahin gekommen. Ich will nur paar Leute suchen. Du machst mir nach. Hä? Wie dein Nunchuck. Den nehme ich mir. Ich auch. Ich werde dich zerreißen damit. Sash. Wow. Naja, die Zone wird dann hier in den Mitteln kommen. Nimm mal getroffen haste. Kommst du denn nicht mal bitte hinter mir her? Oh, ich bin aber richtig runter gesprungen. Junge! Ich krieg dich nicht mehr. Soll ich verlassen? Nein, ich kann ihn nicht kriegen. Zum Glück. Bitte verschwinde vor meinen Augen. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du. Du, du. 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 Ich hole mir die Karte. Jo. Für dich. Für den Tresor. Und du darfst mich mit rein. Du darfst mir das, wenn du willst. Willst du? Nö. Okay, das war deine einzige Entscheidung. Hättest du mich hier nicht reingelassen? Ach. Doch hätte ich. Ich hätte dich reingelassen. Mann. Alter deine. Du darfst dir ja. Das ist toll aber peh. Ja. Dann komm. wo ist das ok mit dieser karte der hat zuletzt gekappelt oder wie viele kids hast du drei jünglich auch drei jemand hat noch ein zweiter weihnachten wenn jemanden habe ich schon jemand neues hast ach so dachte ich soll dir bescheid sagen wenn ich jemanden gekillt habe ich hab die karte ich mache auch alle platt noch nicht ich muss ja noch 2 greift mich an aber ich gehe helfen ja das kann ich ja gesagt nein hab schon hier wieder zwei sie kommt alles ohne klar und kann ich keine punkte alter siehst du dass ich habe schon wieder paar neue klicken gekillt ich weiß auch wohl die schüsse herkommen die ganze zeit hat so eine karte keine app installiert dann zeigt doch mal die app das wirst du in meinem video sehen da zeigt mir alles an hab schon wieder zwei drei neue gegner so ein pech kann leider nicht deine videos gucken warum weil ich habe noch tausende andere youtuber leider ja ja weißt du was passiert wer liegt kriegt kurz bein okay level 13 nein guck oben links du schummelst doch wie soll ich schon wenn ich normale kids mache weiß ja von du weißt ja überall wo die herkommen also kann ich dich ja auch melden ich habe auch was ich habe auch sogar bei fortnight auch was aktiviert du brauchst nur mein video ich habe auch die körper ist da wo die schüsse herkommen und so weiter und so fort ich glaube auch gleich direkt hin viel spaß beim tod ich werde dir nicht helfen wenn du mal in jeden kill reiner läuft warum willst du mir dann nicht helfen ja weil du rennst immer in jeden kill rein ach so unten ist jemand wenn du jetzt stirbst dann kam er dann sage ich dir zu dir selber schuld ich möchte ja auch werden kriegst du aber nicht diese insel da oben weißt du dass sie gerade gespawnt ist denn weißt du was das hat schon wieder jemanden ich habe nur was eingestellt ja nicht wie ich es einsteller muss ich dann wieder gucken das aus ist doch von ganz irgendwas das ist ja von alt da kommen können neue schütze kommen das ist echt müssen keine kommt heute wurde jemand gestorben weil er hatte keine rüstung wie viel paar munition hast du nur 18 ich habe schon noch ich habe 16 und ich habe 8 26 36 drei meine bombe explodiert hä woher wie soll ich das gewesen sein ja weil ich bin hier nur auf dem haus drauf ich kann dir gerne eine bombe zimten geben oh pink waffen schade die brauche ich nicht feier und bogen ok dein ist der nächste schuss gut ein feier und ein bogen hier im fortnite was bist du in minecraft was bist du minecraft nein so nur so als ich habe einen coolen skin gefunden das muss sagen ihr habt ihn gefunden was bitte hilfe ich bin runter gefallen du verlässt doch dann eh wieder wenn ich das nicht schlafen kann ich kann ich kann ich mir ja dann zeitlasten du verlässt doch dann eh wieder wenn ich das nicht schlafen kann ich kann ich mir ja dann zeitlasten nein bitte ich bin gleich dort ja ich kann dich doch wieder beleben sterbe ich schon früher bevor du hier bist ja hinten ich werde angegriffen sorry ich muss kurz dran ok ich habe nur noch acht lehm du ich hole dann dein 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 deine deine karte ok dann hole ich deine karte eben nicht ein böse gegen mich ist gegen mich guck mal wie ich zu dir lauf und die karte hole ja du wolltest aber du mich wieder zu beleben ist wichtiger als für einen kampf zu rennen ne denkst du ich will sterben so danke du gib mir meine kannst du mir jetzt mal meine karte holen habe ich schon ja aber wieso klaust du meine munition weil ich kann ok dann wenn du stückst hier siehst du den bus gibt in der zonen ja ja soll ich dich helfen bitte man wegen dir versau ich mein leben aber alle alle meine älnchen tanzen und den selten wie soll ich denn auch überleben ohne sachen ja wenn dann kann ich dir hier auch nochmal helfen jetzt bin ich extrem gut ich hab noch jemanden der ist meiner der dich gerade anschießt der 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 kann man selbst der stadt einfach da ich mache ich habe auch noch mal gucken man als nächstes stirbt er will ich aber dann nicht mehr du hast erst mal fünf kids und ich hab das mal 20 da ist jemand als käse ich bin kein casual noch mal überlegen ob ich bin oder nicht und wenn doch was dann jetzt sind leute die auf der playstation spielen was möchte auch mal jemanden sehen weil ich habe eine op-waffe Doch, bevor jemand das essen und stirbt jetzt. Das war lustig. Da hat der Kee ja geschenkt. Ja stimmt. Der Kee so, hier bitte, der Typ so, hier bitte, kill mich. Ich such noch zwei Gegner. Ich will ja auch einen Gegner kriegen. Nee, das wird das behalten. Okay. Kommt von hier die Schüsse, danke. Da siehst du schon jemanden. Dein wunderbares... Junge, mach du mir zwar nach, du willst nur Kids haben. Ja, ich bin ein Nut. Ja, ich hab den. Ja, Leute, noch ein Sieg. Ja, ich glaub ich spiel noch ne Runde. Ich spiel noch ne Runde. Ich bin lustig. Ich hab den... Ich hatte die letzte Person grad noch mal so geholt. Ist so... Nein, Bro. Heute... Wie ich alle auf den draufgegangen bin. Ja, aber kannst du mir bitte die Einstellung zu sagen. Nöööö. Du machst mir ja so alles nach. Du weißt auch, was meine Mama gesagt hat. Was denn? Nein, dass du ein YouTuber bist und deswegen möchte ich alles haben, was du hast. Ja, aber ich muss dir nicht immer alles unbedingt geben. Essen. Hm? Wann müsst ihr wegfahren? Ich bin wieder da. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich Essen bin. Tschüss. Okay, tschüss. Leute, erste Runde wieder gewonnen. Jetzt wird wahrscheinlich die zweite Runde, dann dritte, dann vierte. Ich weiß, dass Felix ja noch da ist. Ja, hast du mich doch gerade... Hast du mich irgendwann nicht gehört, oder was? Nö. Geh mal für eine Nude essen. Hm, du musst aber rennen. Okay. Solverb hoch. Jetzt kommt den Bach. Tschüss. Sichert grab ist Süßball. Ich habe today grey Naturины. Oh, du bist ein Jahr, war es dome. Gehself mit dem Verstehen. Zwei Das war's für heute. Sorry Leute, ich nasche. Oh mein Gott, ich lande im Meer nicht. Oh mein Gott. Wo bin ich? Ja. Guck mal auf der Karte, drück mal K. Nein, oder M. Du bist am Ende des Lochs. Das Karte, den Karte mit der Karte. Ja, noch jemanden. Ich hab schon 3 K. Nein, ne noch 2, sorry. Von irgendwo kommen Schüsse. Ich weiß nicht, aber jetzt kommt hier ein Super Sergeant. Der besser ist als du. Tau ab. Brauchst du Hilfe? Ne, brauchst du nicht, gut. Sein Freund haut ab und hilft ihm nicht mal. Das kann er ja entscheiden, ob er abpaulen will oder nicht. Der kann auch noch später holen, wenn der abpaust. Ich verspricht mich mal hier, weil ich muss auf Klette. Hm, die Zone kommt gleich. Sorry, Leute. Okay, alles gut. Ich habe mich abzockt, Walter. Ja, kann man vergessen. So, ich habe einen Schrauben, einen Schrauben. Soll ich jetzt noch ein bisschen wasser. So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen. so leute 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 so leute